Hallo und herzlich willkommen bei Gravity Gems. Heute haben wir für euch ein 10 Minuten Bauchworkout vorbereitet. Aufgeteilt sind zwei Bauchübungen a 30 Sekunden und eine Rückenübung 30 Sekunden. Viel Spaß, ab geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir hoffen, euch hat das 10 Minuten Bauchworkout gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Checkt auch gerne Instagram ab. Und falls es euch zu schwer ist, checkt gerne das 5 Minuten Bauchworkout für Anfänger ab. Bis zum nächsten Mal. Stay motivated. Ciao.